Hallo und herzlich willkommen im Vlog Nummer 3. Heute gehen wir mal nach Garmenspartenkirchen, also ins Werdenfelser Land, am Berg der Berge ins Holzhotel oder auch Boutique Hotel der Werdenfelserei. Wellness mit Hund ist natürlich möglich. Viele fragen uns oft, was macht sie eigentlich mit dem Toni? Ja, Toni bleibt im Zimmer. Wenn man ordentlich mit dem Hund zuvor Gassi geht, kann man hunderttausendprozentig die letzte Frostbolle in einer der Sauna verschwinden lassen und der Hund schläft lieb und brav im Zimmer, so wie unser Toni. Aber jetzt ist genug geredet. Kommt mit, schaut es euch um und willkommen in der Wohlfühle Aase am Berg der Berge hoch über Garmisch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und schön, gell? Wir kommen dort garantiert nochmal als Gäste hin. Schon allein wegen den oberleckeren Flammkuchen im Naschwerk dieses Hotels. Macht es gut miteinander, schöne Zeit und alles Gute. Ciao.